Oh, wir haben auch Mega City Police, okay. Ah, nee, dann spielen wir Mega City Police. Das ist nämlich neuer und auch ein bisschen geiler, weil es aktueller ist für mich, meine ich natürlich. Aber Sparta werden wir irgendwann auch mal spielen. Ich dachte, dass wir vielleicht auch mal hier so einen Danmaku-Tag machen und dann eins nach dem anderen spielen. Ich habe so viele von den Dingern. Na gut, also, es ist natürlich eigentlich eine pixelisierte Version von Robocop, zumindest erwarte ich das. Ich habe das von Devolver Digital, ist es, glaube ich. Deswegen habe ich es mir natürlich auch angeguckt und habe es direkt gekauft, because why not? Ich mag die sehr, ich unterstütze sie sehr gerne und ich mag Robocop auch und ich bin auch auf das neue Robocop, was ja demnächst kommt. Ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt. Detroit, irgendwas. Streamer-Mode. Would you like to disable these songs? Ja. Das ist aber ganz gut, dann wisst ihr das jetzt auch. Schön finde ich, wie hier versucht wird, halt so einen alten Fernseher, so einen Röhrenmonitor mit den Scanlines und allem auch zu demonstrieren. Aber vor allen Dingen auch durch diese Wölbung. Yeah, let's go to the training course. No way. Training is for Wussiers. Ja, so ist es doch auch. Niemand hier will trainieren. Patrouillieren, das müssen wir. Aber vorher müssen wir wohl noch was aufsammeln. Da, Brechstange. Oder was? Ach, ein Fernseher. Darf ich hier hauen? Nein, in der Polizeistation darf nicht geschlagen werden. Geil. Da freue ich mich direkt. Ich mag diese ganze kartonisierte Filmwelt mit all den Tropes und Memes, die man eh so kennt. Finde ich eigentlich immer sehr schön. Ich gucke mir sowas sehr gerne an. Ich mochte ja auch sehr diese Metal Gear Solid Parodie, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie sie heißt. Aber viele wollten, dass ich die irgendwann nochmal spiele. Vielleicht muss ich das aber mit Maus und Tastatur spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Ah, ne. Nö, doch. Geht besser so. Ich will die Controller schnell mal wegmachen. Schnell ausmachen. Ja, Mann, davon rede ich. Kleine, süße Raketen, die dich trotzdem umbringen. Die dich in einen kleinen, süßen Marmeladenhaufen verwandeln. Der wird halt überhaupt nicht mehr gefragt. Es wird einfach direkt komplett vollgeballert. Oh. Ich mag auch die Musik. Ich würde gerne die Streamer-Mucke sehen. Also die Nicht-Streamer-Mucke. Gerne wissen, was da eigentlich so quasi an... an Beispiel-Mucke geplant war. Die ich ja leider jetzt nicht sehe. Wow. Plasma-Shotgun. Oder so. Als habe ich wieder Raketen-WRV. Okay, man hat immer zwei Waffen, Halo-Style. Oh, Mann. Scheiße. Ich muss mal gerade eine Sache noch gucken. Quick restart. Ah, viel besser. Ja, ja, das ist das, was mich irritiert hat. Und das jetzt vielleicht noch... Oh, Mann, es wird immer besser noch. Wenn ich das jetzt noch mit Controller richtig könnte... Ah, okay. Es ist irgendwie mit Maus doch ein bisschen besser. Man ist einfach schneller. Kann man nicht ändern. Okay, jetzt wird einmal aufgepasst. Aber hier, ne? Ihr kriegt das mit dem... Da, das genau. Wenn ich ballere, das ist so den Screen-Shake. Ist das gut? Mögt ihr das? Okay, egal. Läuft, oder? Läuft! Da muss der Simon erst kommen und alles einmal einstellen. Okay, okay. Jetzt kann ich mich endlich aufs Spiel konzentrieren. Das ist jetzt natürlich noch unspektakulär, wie wir alle wissen. Aber ich freu mich drauf, wenn ich gleich den ersten, zweiten, dritten Level mal hinter mir habe. Okay, so. Boah, ich muss auch mehr. Na, obwohl, es ist einfach nur so ein Schlag in die Fresse. Ist vielleicht nicht schlecht, aber genau sowas brauche ich doch. Okay. Uhu. Das Schöne finde ich, dass ich direkt die ganze Kohle beschlagnahme. Ne. So sieht es gut aus. Ach ne, das ist einfach nur ein Prügel. Okay. Die Lawful Pistol oder Portable Fusion Device. So. Nein. Muss ich dieselbe Kacke noch mal machen? Scheiße. Use your defensive ability. Krass. Krass, 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 krass. Okay, das müssen wir noch mal machen. Vielleicht hat er ja auch einen Roller, also so eine Rollgeschichte. Hier. Ah, okay. Ich habe den Dash. Ich habe auch hier eine Granate. Okay, komm. Einmal noch mal mit Gefühl. Das Video. Oh. Oh. No. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwas drin. Leider nicht. Jetzt habe ich nur den Ordinary Revolver und halt mein kleines Dingens. Alter, das sieht gar nicht gut aus gerade. Puh, nicht gut. Kein guter Anfang. Ich brauche irgendwo ein Heatspack. Da! Vielleicht muss ich auch ein paar Sachen holen und dann wieder zurück zur Polizeistation und upgraden. Un-Metal war übrigens der Titel der Metal Gear Solid Parodie. Die mir gut gefallen hat. Okay, ich habe sogar jetzt eine Granate. Ja, die hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich habe sie aber auch jetzt nicht übertrieben benutzt. Ich muss dringend mal meine ganzen Pistolen, den ganzen Scheiß hier verändern. Ich habe nur einen Revolver und eine Pistole. Das ist doch nichts. Die halten auch viel zu viel aus. Er hier. Hat er noch eine Waffe? Nee, auch nicht. Da! Auch nur ein Revolver. Ihr spinnt doch alle. Kann hier mal einer eine richtige Waffe dabei haben? Das ist die Zukunft. Einfach nur das, ne? Okay, so. Ernsthaft! Ich kann nicht weg. Ist das immer so schwer? Krass! Ich finde es eigentlich geil, ne? Aber es ist halt echt... Huh! Also ich mag auch so Twin-Stick-Shooter. Aber hier hast du halt auch das Problem, dass du nochmal manuell ballern musst. Mit Autoballern könnte man leichter so einfach... Ich weiß nicht, so spielen wie die anderen Titel im Moment, ne? Aber so will es ja gar nicht gespielt werden. Aber es gefällt mir gut. Ich hoffe nur, ich werde noch besser. Ja, ich glaube einfach Geld klauen und dann abhauen ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Dann bist du wieder in der Station, kannst du vielleicht mit dem Geld was machen. Vielleicht ist hier in den Kisten am Ende auch ein bisschen mehr. Blazer und die Pistole. Das ist doch schön. Endlich mal was richtiges! Oh, geil! Ich wünschte ich hätte viel noch Energie. Oh, da! Ja! Es ist so geil, wenn man dann plötzlich so mächtig ist und alles in die Luft schießen lassen kann. Aber man darf sich nie zu sicher fühlen. Ihr habt es ja gesehen, ne? Da muss nur eine falsche Explosion kommen. Da zum Beispiel. Was soll das denn? Wer bist du denn? Aber hier so eine alte, so eine eingewickelte, so eine Motte oder was? So ein eingewickelter Wurm, wie der Kettensägenmann. Warum immer zu mir? Okay, aber das ist eine gute Waffe. Okay, aber das ist eine gute Waffe. Cool! Ach, das war eine Zwangsjacke! Seht eher aus, äh, ja, wie so ein Mumien-Cosplay. Oder als ob da jemand schlechte Pranks gemacht hätte und jemanden in Duct Tape eingewickelt hätte. Da müsste dann aber die Polizei kommen. Kleine Hommage. An die LAN-Party-Videos von Woody und mir als Polizist. Die ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, weil die niemand gesehen hat. Weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ich weiß selbst nicht, wo ich es finde. Alter! Ja, das war eine besser eingesetzte Flash. Oh oh! Das ist eine komische Waffe. Spuckt die irgendwelche Haushaltsgegenstände aus? Ich weiß es gerade nicht. Nein! 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 Okay, wir spielen das so lange, bis ich zumindest diesen einen Scheiß-Level hinter mir habe. ... Aber wir machen das jetzt noch einmal. Geht jetzt niemand ins Bett, bevor das hier geklärt wurde. Das ist gut. Okay, ja, Flare-Pistol, warum nicht? So muss es viel häufiger sein, nicht hier immer mit dem ich sterbe, mal mehr so mit allen anderen sterben. So, ich habe wieder einen großen Schiff, aber das ist ein Schiff. Wo ist mein Wutkissen? Warum gibt es noch kein Wutkissen? Okay, ein letzter Versuch. Komm, wenigstens die eine Map möchte ich schaffen. Komm, einmal. Ich mag das Spiel sehr, aber es ist echt schwer. Oder ich bin echt blöd. Okay. Ich mag das. das hat leider auch nur waffen die einem jetzt gerade nicht so helfen wie man es gerne hätte energie ist das was ich brauche darum gibt es keine energie absauger man das wird wieder nichts allerletzter versuch allerletzter versuch vielleicht gibt es ja auch gar kein ende und ich muss wirklich ab und zu einfach immer zurück der stapler des grauens alter du wirst aber mal so richtig abgelegt ist eingeordnet wirst du von mir man der typen der laser knarre ja ja nichts das kann ja gar nicht hinhauen die ganze stadt soll ich machen ein einziger polizist das ist es aber jetzt schaffe ich es aufgepasst to the max absolute konzentration ein leben im fokus da ja 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 Bis zum nächsten Mal. ja mann der fokus erbringt ein leben im zenith der aufmerksamkeit das adler auge des gaming simon kretschmann da ist er wieder auf der jagd da hat er einen besonders schweren skill gesehen aus 150 meter entfernung und jetzt kann ihn keiner mehr aufheißen da komme ich doch du dummes scheiß ding es ist ganz cool das macht voll bock aber ich bin wirklich sehr sehr schlecht ich glaube man muss wirklich erstmal ein bisschen ballern und dann rechtzeitig mit dem geld zurück anders kann ich es nicht erklären wenn ich jetzt return to station gehe habe ich dann irgendwas bekommen oder kann ich mir einfach bis zum ende aller tage nix leisten den wenigstens hier was bekommen flashbang würde ich vielleicht gerne mal auswechseln wechsel gehen was besseres ernsthaft du mich auch spielen du mich auch nee also war ganz cool mega city police ist wirklich ein tolles spiel vielleicht spiele ich nochmal wenn ich ein bisschen mehr drin bin das ist wirklich einer der titel wo man vielleicht doch ein bisschen mehr drin sein muss okay übrigens danke an denjenigen oder diejenige die mir hier full void empfohlen haben das habe ich heute direkt gekauft und das werde ich auf jeden fall spielen natürlich werde ich das spielen das ist nämlich sehr interessant das sieht so das sieht schon toll aus würde ich auf jeden fall ich bin jetzt fast schon zu fertig aber guckt euch das mal an mir gefällt es sehr gut wie der stil da weiß man direkt so okay das erinnert an another world oder an heart of darkness eine alte retro spiele mit herausragenden animationen kleinen rätseln später dann übernommen von limbo und co limbo in zeit und so ne aber ich muss sagen ist es reizt mich doch sehr mal wieder etwas in diesem stil zu spielen kann ich euch auf jeden fall empfehlen habe ich mir gesagt auf euren wunsch hin direkt gekauft und ich glaube das wird was was ich auch sehr gerne durch und weiter spielen werde so kurz mal schauen ob ich noch irgendwas kleines heute wird es wahrscheinlich ein bisschen zu eng aber wenn ihr seht was ich hier alles voll habe an sachen die ich noch machen will hier bleak sort müssen wir endlich mal spielen ich habe also einiges vor mit euch wir werden auch noch mal in nächster zeit noch mal ein paar von den alten spielen rausholen und werden die das zumindest der plan die sag ich mal wo der letzte teil über 10k auf youtube bekommen hat die werde ich dann versuchen nach und nach alle noch mal nachzuspielen oder zumindest zu gucken dass ich die wichtigeren davon noch mal neu spiele und zu gucken wie wie das dann läuft und so also ich will sie versuchen dass wenn ihr sachen guckt dass die dann das dann auch belohnt wird durch neue teile ab einer gewissen grenze das nur so eine kleine info aber das gibt es also bald mega city police ist auf jeden fall schön spiel da kann man nicht viel falsch machen glaube ich wenn man weiß was man kriegt aber es ist halt schwer aber das ist ja die vorlage auch wenn wenn wir jetzt an hier hotline miami denken das ist halt auch sau schwer gewesen aber hier ist noch ein bisschen schwieriger weil die level so viel größer sind punch club haben wir natürlich schon mal gespielt ja aber das würde ich auch noch mal weiter spielen wenn es wenn es mal auf youtube ein bisschen funktioniert hat dann habe ich only down gekauft ist das kompletter crap kann man schon mal spielen oder kann man mal machen ich probiere es mal ich meine warum sollte man das nicht spielen wenn es doch jeder andere auch spielt wenn nein wenn die wenn diese only up geschichten bei jedem funktionieren okay leute ich es wird spät ich schicke euch jetzt woanders hin aber es war mir trotzdem war eine kleine spontane runde hier mit ede heute deswegen bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet wollte eigentlich heute noch ein bisschen hier rumhängen morgen gibt es eine richtig gute session payday 3 mit dem ede und nils und mir und vielleicht dann auch die anderen titel im koop häufiger mal front mission hatten wir auch schon jetzt wünsche ich euch allen einen schönen abend die ersten gehen auch schon wenn ihr supporten wollt gibt's trinkgeld im chat einen link wenn ihr das als video seht könnt ihr einfach nur ganz easy liken abonnieren und kommentieren das hilft alles ich habe auch montag einen zweiten kanal letzter zeit geht er ein bisschen steiler ab das freut mich natürlich sehr gerne auch abonnieren da kriegt ihr jedes video mit und ja und was lese ich dann noch im übrigen wäre die resident evil seamless hd deutsch mod fertig resident evil seamless hd mod das sind fast zu viele wörter das kann ich mir noch gar nicht merken evil seamless da habe ich sie sogar schon weil ich gerade nur gar nicht mehr ich habe sie mal angeguckt ich weiß gar nicht mehr was sie eigentlich ist aber ihr könnt sie euch gerne mal angucken doch ja ja nee nee das haben wir uns ja schon angeguckt das haben wir uns schon angeguckt und zwar ist es genau haben wir nämlich echt schon anguckt ist es eine verbesserung der optik in allen möglichen varianten hier sind auch immer so slider dabei da könnt ihr dann vorher nachher gucken ist super interessant und ist auch echt nice ja wenn ich die irgendwann nochmal spiele nehme ich jetzt dann vielleicht zu oktober oder so wenn ich dann nochmal reingucke mit der mod dann würde ich wahrscheinlich diese mod benutzen aber es jetzt nochmal neu spielen nur wegen dem hd da bin ich da nicht so der fan von so ok liebe menschen ich schicke euch jetzt zu bonja ihr könnt aber auch zu ede und ich wünsche euch noch einen schönen abend wir sehen uns dann morgen wieder hier und damit sind sie weg und ich höre auf und hoffe einfach ihr seid morgen auch wieder da und dann machen wir was dann morgen was morgen ansteht irgendwas gibt es immer bis dann man ist der stuhl glatt stuhl? ja was für einen stuhl dachten sie? man ist der stuhl glatt jawoll oh so zum sitzen das ist der stuhl stuhl? alles was ich wollte war ein verfluchter drehstuhl man ist der stuhl glatt jawoll ich darf Stuhl nicht zum sitzen da